Preise vergeben. Der Kreativwettbewerb der Stadtwerke ist am Donnerstag im Stadtwerkesaal zu Ende gegangen. Aus insgesamt acht Projektgruppen konnten sich die Horteinrichtungen Kreuzberge und Tempelhofer Straße über ein Preisgeld von 600 Euro für das von ihnen entworfen und gestaltete Ökodorfs Sparhausen freuen. Stadtwerke-Chef Thomas Zenger freute sich über die gute Resonanz und sieht sich im Wettbewerbskonzept, welches unter dem Motto Innovation at Home stand, bestätigt. Der nächste Wettbewerb Kreativ startet im September.